Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Vampyr. Wir sind jetzt zurück zum Anwesen und wir müssen mit... Äh, was macht sie denn hier? Was machst du denn hier? Elisabeth, was machst du hier? Ich wurde vorhin gefragt, deinen Triumph zu sehen, mein Lieber. Nach allem ist es nicht der natürliche Rolle einer Frau, die ihren Mann in der Krieg zu unterstützen. Äh... Und es ist du, die zu sagen, dass ich mit Ascalon joinen. Bitte verabschiede meine Giddiness. Ich bin nur überraschend von der Freude, dass endlich in die Hallowed Halle sind. Du sicherlich hast eine Inquisitive Mind. Es ist ziemlich etwas. Elisabeth Ashbree, nur du kannst du mir lachen in diese schwierige Zeiten. Und das gleiche zu dir, Jonathan Reed. Jetzt gehen wir einen kleinen Chat mit der Herrmann. Ich kann sehen, dass er praktisch aufzuhören, um zu hören, deine Reporten. Äh, hat sie uns gerade ihren Mann genannt? Sie geht aber schnell zur Sache. Und nicht, dass er auf sie reinfällt und sie irgendwas richtig Mieses, Fieses plant, das sie uns nur benutzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie geht ein bisschen zu schnell auf uns ein, habe ich das Gefühl. Weil sie kennt uns noch gar nicht so lange. Es sind erstmal ein paar... Eigentlich ein paar Tage nur vergangen, ne? Und sie nennt uns schon ihren Mann. Okay, alles klar. So, berichten wir mal. Ich bin nur sein Arzt. Einige Fragen bleiben noch. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin nur ein Doktor. Das wichtigste ist, dass wir gewonnen haben, eine große Krise für die Überlebung von London. Dafür saluten wir Sie. Danke, mein Herr. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für Sie. Eine der wichtigsten, vielleicht sogar mehr als das vorherige. Ich höre. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, dass ich den besten Kandidaten für so eine Aufgabe bin. Ich kann die Hesitungen in Ihrer Hose, Dr. Reed. Ich liebe einen Mann von Prinzipien. Aber in diesem Fall, es gibt mehr als Ihre Moral-Kommission. Es ist nicht eine Moral-Kommission, Herr Redgrave. Es ist die Verantwortung, die Immortanzierung zu einem Mann, das ich gar nicht weiß. Nassau. Aloysius hat sich ein Mitglied der Askelon für Jahre. Äh, ich habe Fragen. Ich sage, wir werden nur benutzt. Warum Aloysius Dawson? Weil er zu sterben ist. Und er ist vielleicht der größte Mensch in England. Nach mir, natürlich. Er weiß, dass ich komme? Er kann nicht warten, um deine Progenie zu sein, Dr. Reed. Es ist jetzt, dass du gesehen hast, wie stark deine Linie ist, durch deine Frau. Mhm. Hat er mich wählen? Nein, ich habe. Okay, der wird sich erfreuen. Wie würdest du gerne, um mich zu gehen? Keine Worte. Aloysius hat viele Jahre, um sich zu vorbereiten. Er hat unsere Kindes für Jahre studiert. Also soll ich ihn nur mein Blut trinken? Ja. Aloysius wird auf deinem Blut grätschig verraten. Sein Herz wird langsam, dann stoppen. Aber er wird wieder als einer von uns. Ein Immortal. Okay. Ist es kein Gefahr? Es ist nur blöd, dass ich mir nicht selber aussuchen darf, wer mein Abkömmling wird. Warum entscheidet ihr das? Das ist unfair. Warum habt ihr Lady Ashbery eingeladen? Das würde ich auch gerne mal wissen. Du hast Lady Ashbery eingeladen. Würde das nicht, dass das eine von deinen kardinalen Regeln verbrechen würde? Keine Worte erlaubt. Nicht erlaubt als Mitglieder, nein. Aber über die Umstände, ich dachte, du würdest sie hier haben, um deinen Erfolg zu haben. Also ist es eine temporäre Entschuldigung. Entschuldigung, dann. Es ist etwas wie ein Bargain, als wir die Krise haben, die wir gerade befinden. Okay. Goodbye, Lord Redgrave. Ich sag ja, die verwenden sie gegen uns. Das ist, äh, ja. Und ich weiß, ich weiß nicht, wem ich trauen soll. Ich kann ihr irgendwie gerade gar keinen trauen. Sie macht sich gerade auch wieder ein bisschen, Ja, Frau. Ich werde es nicht tun. Ich schätze ihren Rat. Ähm. Ich möchte wirklich wissen, was ich daran denken. Ich mache, ja. Ich mache ein Immortal aus einem soulless Blaggard, wie Aloysius Dawson, wird nur ein Verbrechen geben für London. Der Mann ist bereits im Inneren. Ich werde es nicht tun. Vielleicht sagen Sie, dass Lord Redgrave den Mann in eine Vampire selbst verbrechen. Nicht so, mein Lieber. According zu dem ich gerade herauskennen, his Lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? Ich habe gerade gefunden, dass der Earl von Bristol ist von Lesser Liniege und nur capable von kreieren Skulls. Uh-huh. Bitte, erzähle mir mehr über deine recenten Investition. Als lange du lower deine Sprache. Okay. Um. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight, William Marshall, who lived some nine centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but Skulls if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker. from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Okay. What the fuck? Wenn das stimmt und wir das beweisen können. Hmm. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Okay. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Yeah. Do not make him your progeny. What would you do? The man is dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mir das einreden will und sie dahinter, also sie dann die Böse, am Ende ist. Oder, ja, der Typ hat, sie hat schon recht, er hat wirklich gesagt, dass er diese Mauern aufbauen will und diese Krankheit eindämmen möchte, das wäre aber halt, das wäre unmenschlich. Und wenn er jetzt schon unmenschlich ist und im Inneren tot ist, obwohl er noch ein sterblicher ist, das sagt schon einiges aus, was für ein mieses, ekliges Menschlein das ist. Fuck, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay. Okay, Liebste. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Kann ich noch mal was mit dem reden? Entstanden. Weil wenn ich jetzt nicht gehorsam bin, werde ich von allen verfolgt und alle wollen mich töten. Und ich kriege all seine Schergen an die Backe, also das ist schwierig. Warte mal. Ach, scheiße. Er ist doch die Stütze. Wenn ich ihn... Was ist das gemein? Ach, du Kacke. Wenn ich ihn nicht am Leben lasse, dann sind alle tot hier. Auch die Tochter. Das kann ich doch nicht machen. Das kann ich doch nicht machen. So grausam ich auch sein möchte in diesem Spiel, aber das kann ich nicht machen. Lebt sie nicht auch hier? Also in diesem Viertel? Das kann ich nicht machen. Wenn ich das... Wenn ich ihn... Oh, ist das Spiel ist echt fies, ne? Also mit den Entscheidungen ist es echt wow. Also... Ach, du Kacke. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, was ich tun soll. Er ist ein Monster. Wenn ich ihn... Oh, das ist scheiße. Wenn ich ihn jetzt sterben lasse, ist das ganze Gebiet verloren. Und ich weiß nicht, was da mit der Tochter von Ashbery passiert und was mit ihr passiert, weiß ich dann auch nicht. Vielleicht gibt sie uns dann die Schuld und ist dann auch hinter uns her. Und wenn ich ihn am Leben lasse, dann will er Mauern bauen und ist dann der Tyrann der Unsterblichkeit. Fuck, fuck, fuck. Und wenn wir ihn verwandeln, dann ist er auch noch mächtig, weil er von uns dann abstammt. Also unser Nachkömmling ist, weil wir haben ja die Kraft dazu. Wir haben ja einen Vampir, also einen Ekorn. Wie heißen die Ekorn? Einen sehr reinblütigen Ekorn, der uns erschaffen hat und deswegen sind unsere Nachkommenden auch halt sehr rein und stark. Ich will ihn aber eigentlich überhaupt nicht, ne? Ich will ihn überhaupt nicht. Ich will ihn überhaupt nicht. Ähm, oh. Kann ich dir erstmal was... Ich geb dir erstmal Medizin. Kenn ich gar nicht. Äh, was ist der Plan? Also ihr Plan. Äh, sei sie vorsichtig? Äh, weil wir ein Vampir sind. Äh, weil wir ein Vampir sind. Das hat... Ja, der hat er recht. Das hat... Ja, der hat er recht. Okay. Warum hat sich ihr Vater schuldig gefühlt? Er hat sie nie aufgegeben. Er war nah. Er musste wissen ob sie tot sind. Ich mach das hier. Das war mein Vater. Ein schwerer Bastard, so wie ich. Auch wenn ich seine Beine schlägt hätte, würde er mich nachschauen. Was? Das letzte Argument, das wir hatten, war eher ein Kampf. Er schlägt mich und ich habe ihn in den Ballen geschlagen. Auch kein Vater, der seine Tochter schlägt, ist aber... Tja... Egal wie heftig der Streit ist, Gewalt darf da eigentlich nicht dazugehören. Oh. 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 Soll ich ihn beleidigen? Oh. 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 Wenn ich ihn beleidigen soll? Scheiße. Die Hinweise sind verloren. Ah, okay. Das kann ich nicht mehr... Okay, das ist wirklich verloren. Schade. Schade, schade. Da versucht man einfach nett zu sein und kriegt dann aber... Was macht er da? Äh, was? Ich sehe, geht's ihm gut? Ja, okay. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich bin ein bisschen ratlos. Ich bin wirklich etwas ratlos. Also ich habe keine Ahnung. Ich will nichts falsch machen. Ich will jetzt auch hier nicht schon wieder einen ganzen Ort verlieren. Nur wegen Fehlentscheidungen. Aber das kann man ja halt nicht wissen. Das ist ja das Schlimme. Die Entscheidung, die ich getroffen hatte in den anderen Bezirk, dachte ich eigentlich, dass es nichts Schlimmes ist und dass wir diesen Ort dann erhalten. Aber sobald es um eine Stütze halt geht und wir dann eine Fehlentscheidung treffen, dann ist alles vorbei eigentlich mit dem Ort. Deswegen ist es scheiße. Es ist einfach kacke. Was soll ich tun? Nur ein bisschen schade finde ich, dass hier diese ganzen Eckhorn... Ah, nicht, egal, heißen die ja, die Liederin. Autsch. Dass sie immer hier so gleich aussehen. Ich würde mir wünschen, dass es noch verschiedene Arten gibt. Also vom Aussehen her auf. Das wäre cool. Okay. 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 Vielen Dank.